Musik Ja, liebe YouTube-Brüder, was machst du Powerhouse heute Morgen? Ja, heute Morgen ich hätte einen stark gemachten Eis gehabt. Ich habe einen stark gemachten Eis gehabt. Ich habe einen stark gemachten Eis gehabt. Was du von dem grünen Zeug tust essen? Ja. Bier. Bier ist ja echt lecker. Ich habe einen stark gemachten Eis gehabt.